Ja, es gibt zwei Leute, die hier immer gerne waren, immer waren die gerne hier, Stammgäste sozusagen. Ja, 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 die sind nicht mehr. Hans Kolberg, ein Urgestein. Und Dirk Schmidt. Ihr werdet sie kennen, natürlich, wer kennt sie nicht? Oder wer kannte sie nicht? Der Hans Kolberg hatte sogar den folgenden Song als Kningelton auf seinem Handy. Der Hans Kolberg hatte sogar den Kurs. 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 Der Hans Kolberg hatte sogar den Kurs und nach dem Motoren. bars Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020